DTM Champion Martin Tomczyk verlässt Audi. 11 Jahre DTM, 11 Jahre bei der Marke mit dem Vierring. 2011 die Krönung mit dem ersten DTM-Titel. Der 29-Jährige hat seinen persönlichen Karriere-Höhepunkt erreicht. Vorerst. Martin Tomczyk sucht nach neuen Herausforderungen. Besonders DTM-Wiedereinsteiger BMW wird ein großes Interesse an der Verpflichtung Tomczyks nachgesagt. Nach Bruno Spengler wäre der Rosenheimer der nächste Hochkaräter im Fahrerkader der Münchner. Audi und Martin Tomczyk. Nach 11 Jahren geht ein Motorsport-Kapitel zu Ende. Den Ingolstädtern geht ein Mitglied des DTM-Fahrerkaders verloren. Der Champion sagt Goodbye.